moin moin hier ist wieder euer robin für euch dritte runde der starthilfe was ist die starthilfe eigentlich ganz einfach gesagt man kriegt geld und runden dazu und dann muss man was sich aufbauen beim letzten mal runde 34 runde 40 das ist aber gemein die will ich nicht ok eine folge geht immer 15 minuten lang die letzte geht nur 13 minuten weil quasi eine runde war so richtig gut wir haben es bis runde 40 geschafft und runde 40 kamen zweimal die dts und dann war es quasi durch wir beginnen so 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 Das war jetzt ja richtig eilig, weil ich die Map schon kannte, aber okay. Wie kann man sich dann quasi so Dinger besorgen, so Sterne und dann kriegt man Geld und was man nicht noch alles bekommt, ihr habt ja gesehen. Das war jetzt mal wirklich einfach. Ich glaube, der wusste nicht, wie es geht, aber okay. So, hier werde ich einmal kurz tauschen. Weil bei 225.000 kann man zweimal die Sonnengöttin bauen. Die Sonnengott ist mit mir. Prepare for liberation. It is time. So, jetzt haben wir noch. Ja, die kostet 200.000, der wahre Sonnengott, aber gut. Brauche ich nicht. Okay. Okay. Die Sonnengott ist mit mir. Das war's für heute. Ah, schuld. 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 Ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Wir sind gleich wieder in Runde Wund... In Runde, äh, 39, dann kommt 40. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Ding ist, wenn jetzt der Kunde 40 kommt, er hat ein paar Leben mehr als ich und ich kann quasi nichts mehr machen. Im Prinzip können wir jetzt durchlaufen lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Okay. Da ist das ein Wettbewerb! Das ist das Wettbewerb! Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, uuuhh Ich sage, ciao mit V, euer Robin, tschüss